hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer neuen weiteren folge portal 2 so wir sind wieder auf einer neuen map und wir versuchen diese kammer zu lösen und ich bin gleich tot warte mal dahin komm mal hier rein guck mal rechts an die wand da hinten was wie kann man ja nun mal F F nee äh 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 hier sind wir mal u? hä? q nee F lange drücken? nee what the u? ha, hc sei Dank ... setz mal dein portal hier an der wand wo ich sie hingesetzt hatte und da oben Passier Jo Hängen wir mal durch Tschüss So, warte Ähm Komm mal hier rüber Mach mal dein Portal da So, dass man da reingehen kann In diese komische Wand da drüben Nein, da Da ist doch ein Loch, genau What the fuck Da ist doch ein Loch So, was ging jetzt dadurch passiert Irgendwas haben wir aktiviert Aber was, keine Ahnung Oh ne Versuch mal Genau Nein, 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 au 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 Was denn? Ja, du musst nicht mal versuchen, dass die dich als fokussiert Aua au 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 ich habe eine idee wasser setzt man portal hierhin dahin hierhin dahin ja und dann die decke gut das war sehr gut muss ich ehrlich zugeben das ausgegangen okay hier müssen wir laser strahlen irgendwie machen ja dafür brauchen wir ja gut einer geht mal drauf ich habe irgendwas aufgemacht laser doch laser so wir brauchen aber trotzdem den würfel nein hier warte mal machen wir noch mal den laser an gut naja du musst ja erstmal genau so du musst erst mal das ding darauf machen oben und ihr würfel drin ist über dir was dafür ein zeichen ist also das orientierung verloren warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ich mach mal so passt das ja und dann machst du deine beiden nein machst du deine beiden da kann ich keins machen so kann sie jetzt nein ich kann da keine machen was soll ja gerne ist gut ich wollte nur mal gucken ob es funktioniert was passiert denn hier bei dem ding rein gar nichts ok also was passiert denn bei dem ding rein gar nichts ist gegenüber von dem ding eine weiße wand wurde hinschießen kannst komm mal da runter geht das hier nicht auf warte mal ich habe eine idee gehen wir mal da hoch macht den laser an ich will mal eine sache gucken lass doch mal den laser an alter so dann brauchst du dunkelblau auch nicht dann nein die dinger am boden sind alle gleichzeitig müssen die damit das hinten aufgeht ja ich dachte aber vielleicht dass hier die 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 roten dinger dann weggehen ja wir brauchen auf jeden fall das x da oben und das x da oben das x da oben ist da hinten der schalter glaube ich da musst du eins reinlegen in dem ding aber was passiert denn auf diesem komischen teil auf dem knopf der vorne in dem ersten raum ist was passiert denn damit keine ahnung und hier müssen wir ja auch was machen ja wir brauchen den cube davon das heißt einer von uns muss wieder zurück warte ich hole mal das ding geh mal weg was solltest du jetzt holen ach so setz mal ein portal für mich an den anfang ne hier komm mal mit welchen anfang setz mal hier an die wand ein und da wo ich eben gerade ein portal hingesetzt habe am anfang der map auch ja ja jetzt musst du dir das irgendwie schnappen Warte Ah ne, shit Äh, warte, rot Ja, wollte ich grad sagen Das ist schräg Ja So Nein, oh, alter ey Du bist nochmal drauf gegangen, wa? Ja Ja Ja, das war aber Ach, hier ist ne weiße Wand Aufgegangen Das hat der erste Knopf bewirkt Ach so Dass man wieder da hochkommt Äh, wo ist der Wo ist der Würfel? Ja, der ist kaputt, weil du nochmal Auf das Ding drauf gegangen bist, alter Das hab ich dir gerade gesagt Ach so, oh shit Du musst nochmal da rüber Ja Setz mir mal Punkte, bitte Damit ich rüberkommen kann Oh Mach's doch hier rüber Ja, ist gut Hab's nicht gerafft Warte, du kannst einfach den roten hier hin machen Ach, das ist nicht schräg dann Du musst da rüber Hm 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 Na, dann mal los So Und da Drauf Laserstrahl Jetzt musst du mich wieder hochschicken Ah ne, das ist blockiert Okay Bewirkt das jetzt was Ja Ich kann jetzt hier drüben durch Ja, geil Hier brauchen wir aber einen Cube So, warte Dann nimm den Cube mal mit Geht das? Ne Kannst du nicht Nein, dann geht die Tür wieder zu Ist die Tür immer noch offen? Wenn ich vom Laser runtergehe Nein 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 Der Laser muss verbunden sein Okay Geh Du kommst da auch nicht mehr raus Wenn ich weggehe, ne? Geh mal weg Ne, dann sind beide Seiten zu Was ist denn da? Da brauchst du einen Cube, ne? Hast du gesagt Darf ich mich jetzt zerstören, ja? Nein, nein, nein Warte, 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 warte Du kommst dann nicht wieder hoch Doch Wieder aktiv? Nein Ne, ne Ich darf mich zerstören, wa? Warte Na, du kommst doch nicht hier hoch Du kommst doch nicht da hoch Zerstör dich, ja Zerstör dich, alles gut Hm Try that again Gut Du musst auf jeden Fall Ich muss auf jeden Fall hier oben bleiben Warte Lass mich meine Portale setzen Ja So ungefähr Lass mich wieder hoch Ach, du bist ja noch So Dann kannst du nämlich durch, ohne dass der Laser ausgeht Weil du musst ja durch so ein Emanzipationsding durchgehen, ne? Nein, der zweite Laser ist ja nicht offen Der zweite Laser ist ja zu Kommt da ja nicht durch Ach so Oh, oh Oh Naja Deswegen frage ich mich Ja, wir brauchen den Cube von hier oben Und der X Ist, das X ist dahinter Das heißt Wir müssen eigentlich Alle diese Laser hier ankriegen Ja Den hier Den hier Den hier Wie schaffen wir das am besten? Indem wir Der Cube Warte mal Da hinten Ähm, der kommt Da hin Ja Dann kommt der hier durch Dann ist der da auf jeden Fall schon aktiv Dann wird der hier aber blockiert Hm, je nachdem wie Ja, der kommt nicht hoch genug, ne? Ne, ähm Dann müssen eigentlich Nur noch das Ding da hinten Und wie schaffen wir das? Wenn das da Ah, ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Mach das Gelbe mal hier hin Oh shit Ja Oder so rum So, ne? Ah Und du? Hä? Ne, raff ich nicht Doch Dann kommt das da raus Da rein Und da hinten Ja Ja Schön Und was ist mit dem Ding was da drin ist? Ja das Lass uns doch erstmal versuchen Die beiden gleichzeitig hier anzukriegen Vielleicht passiert hier was Schönes Vielleicht kriegen wir was geschenkt Okay Dann Warte Mein blauer Dein rotes muss ein bisschen weiter nach rechts Ja, jetzt muss mein blaues noch Warte Ah, immer noch ganz nah Nein Jetzt So Passiert jetzt was Schönes Nö Doch ein Ding hier ist Aktiv Hier kommen wir nicht weiter Okay Äh, Janik Mach mal dein gelbes Entgegen Des Komischen Dingens da An An der Wand Wo der Punkt ist Siehst du den Punkt? Ja So Links daneben Waller mal das blau Hellblaue dahin So dass es in einer Linie Mit den Beiden Teilen ist Achso Ah Ja, ich kann hier durch Ich kann hier durch Ja, geile Aber hier brauchen wir was Hier brauchen wir was Was denn, ein Cube? Ne, mach mal Mach mal Signal Unterbrechen Okay Das bringt nichts Ja, hier brauchen wir ein Cube Dann hol den Cube von da Den brauchen wir jetzt erstmal da In dem Laser gar nicht Bö Wir müssen ja den anderen Cube noch haben Den Glass Cube da oben Ja, der ist unten Der Glass Cube ist unten Er ist zerstört worden Was machst du da? Der kommt jetzt dauerhaft da runter Und wird zerstört Jetzt nicht mehr Das liegt da drauf Ja, das liegt da drauf Du musst mich aber hier rauslassen Mein Freund Ja, das kann ich jetzt nicht mehr Ah, dann gehe ich halt so raus Ja So, das ist ein Spiegellaser Das ist schön So, wir müssen Der muss hier rein Ja, ja Und wir müssen jetzt das Gleiche, was wir eben gemacht haben Nochmal machen Ne, der muss da rein Ja Lass ihn doch da reingehen Lass mich mal hier hoch What? Warum bin ich jetzt gestorben? Lass ihn nicht Warum müssen wir das gleiche nochmal machen? Aus welchem Grund? Äh, damit wir hier das Ding aufkriegen komplett Okay Ja, okay Okay, ich verstehe Ja, okay Dann mal weiter Lass ihn nicht rum, du scheiß Ding Oh, ich muss wieder hoch hier Warte mal Was ist denn hier los? Ja Warte Hä? Alter, what? Keine Ahnung, was hier passiert Jetzt Sind jetzt alle aktiv? Was fehlt denn noch? Ah, siehste Achso, hier in der Ecke Ja Ja Ähm Du musst irgendwie die Laser einmal wieder drehen Dass der Laser aus der Kugel direkt in die Wand geht Geht das? Ne Glaub ich nicht Mach mal mit der Kugel, mit dem, mit der Würfel, mit dem Würfel in die Wand So Und jetzt kannst du doch Äh, von meiner Wand rechts Rechts, wo der Laser aufhört Direkt wieder diese Verbindung schaffen, oder? Ja Ist doch alles am leuchten, oder nicht? Hm, und jetzt? Ist ja jetzt alles offen? Nein Wie nein? Nein, hier fehlt immer noch was Wir brauchen nen Cube Achso Brauchen wir den Cube hier? Achso, wir brauchen den Cube hier Ja Ah, ich verstehe Jetzt geht das wahrscheinlich auf Zack Hier ist nen Dings Nen Ja, ich komme Ja, ich komme Du kannst durch Beide Achso Gut Da war ein Laser Du hast mich reingedrückt Nein Ich hab mich für das Locken Doch Habe ich nicht Also woher? Jetzt kannst du durch Ich hab den Laser deaktiviert Zack Und jetzt muss ich hier warten Hilft dir das? Nein Doch Oh neee Oh neee 3, 2, 1 Jetzt Muss schon bis zum Ende machen ey Was bis zum Ende? Deine Mutter bis zum Ende Bis wo ich nicht gesprungen bin Ja, warte mal Ich weiß was besseres Alter Das geht nicht Okay Schade Ich dachte, das würde gehen Geht aber nicht Spring nur ganz leicht Ich setze ihn direkt daneben Okay 3, 2, 1 Los Bin da Gut Du musst mich näher an die Wand bringen Okay 3, 2, 1 Los Jetzt muss ich irgendwie da ganz rüber kommen Einen weiten Sprung? Ja Warte mal, was passiert, wenn ich auf den Knopf hier drücke? Oh Da geht noch ein Laser an, ganz kurz Was passiert mit dem? Warte mal, ich will mal gucken bei dir Ich gucke bei dir Mach mal, guck Der ist einfach nur neben mir Ah, okay Okay, ich muss Also drücken Hier hinschießen Genau, drücken Ich spring schnell rüber Und dann musst du sofort wieder den nächsten posten Wenn du gedrückt hast Ja, 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 ja Also drück jetzt Jetzt drück Warte 3, 2, 1 Jo, hab Mach es so, dass ich genau in den Gang springen kann Da komme ich rüber Genau, wie ich das Gang ist Gehe nochmal näher dran Ja, kannst du einfach posten Ich stehe so, dass ich direkt drauf lande Jetzt Gut Einfach nur am nächsten wieder 3, 2, 1 Brauchst du nicht ansagen Los Ich bin schon drauf Alles gut Ja Ja Dann los Ja, ähm, ja Hier ist Ende Wie, da ist Ende? Da ist Ende Hier geht es nicht weiter Hä? Oh nein Du musst mich hochschicken Was? Immer stückchenweise hoch Seriously? Ja, ich muss da oben hin Okay 3 Du musst mit mir springen, ne? Ja Sonst geht das nicht 3, 2 3, 2, 1 Los Ja, weiter 3, 2, 1 Los Weiter 3, 2, 1 Los Weiter 3 Ja 3, 2, 1 Los Warte, ich bin da Alles gut, ja Jetzt musst du Ja Jetzt musst du mich hier gucken Du hättest noch nicht runterspringen sollen, Alter Ich kenne, der hätte dir den Weg hier rüber geben können Ah, scheiße Ja, kacke Ah, okay Das gleiche Spiel hier Warte mal Geh nochmal zurück, geh nochmal zurück Ganz am Anfang Geh direkt ran Ist glaube ich besser Ja Lass uns so springen, weil dann kann ich nicht sterben Ja, das ist eine gute Idee Okay, 3, 2, 1 Los Ja, brauchst du gar nicht Mach einfach, mach einfach Mach einfach Spring du und mach einfach Ich komme automatisch mit hoch irgendwie Ja, du kannst Das ist so geil Oh, da ist Flabber Zum Schnellwerden Da kann ich irgendwas öffnen Ist das Schnellwertflabber oder Springflabber? Schnellwertflabber Okay Hallo Kommst du? Seit wann ist das hier offen? Ich habe es eben gerade aufgemacht Achso Das müssen wir Das ist jetzt offen Äh, Vorsicht Stopp Wir müssen irgendwas anders machen Das ist mir zu easy gerade alles Hä, wo müssen wir hin? Oh Der Laser ist aus Und jetzt? Ah Ach, wir müssen damit zurück Da müssen drei Kisten hin Wir haben jetzt alle drei Kisten Ja Stimmt Nächste Testkammer geschafft, meine Freunde Jawollo Jawollo Jawollek, Olek Ja Ich wünsche euch viel Viel, viel Erfolg Testet diese Kammer aus The Order of Things 3 Coop Nennt sich das ganze Ding Von Invocare Ignis Kriegt auf jeden Fall von mir einen Daumen hoch Ja, hat es von mir auch Aber die brauchen Die Zuschauer brauchen es ja nicht ausprobieren Die kennen ja jetzt die Lösung Das ist ja voll doof Und? Die können ja auch andere davon ausprobieren Naja Ja, natürlich Ich wünsche euch Viel Spaß In der nächsten Woche Bis dahin Ciao